Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde zu Final Fantasy 15, hier immer noch im, äh, Mürrlwald, ähm, ja. Und wir werden erstmal kurz campen, ne, nachdem wir das letzte Mal noch Ewigkeiten durch die Nacht geangelt haben, um uns einfach nur einen Fisch zu angeln, der nichts Besonderes war, aber man konnte es ja nicht vorher wissen. Man muss ja erstmal, ich glaube wir haben auch nicht den geangelt, den wir eigentlich angeln wollten. Ja, aber wir werden erstmal zelten, um uns nochmal zu buffen, denn da könnte ja noch ein Boss kommen. Maybe, mal gucken, man weiß es nicht. Und da wir es nicht wissen, müssen wir uns vorbereiten. Zumal wir uns ja das letzte Mal diese Gegner ganz schön zugesetzt haben, diese, einfach nur OP-Goblins, was auch immer das war, das war nicht mehr normal. Zwei Tage schon nicht mehr gecampt. So, was haben wir denn alles? Wir haben doch jetzt hier schon noch, wir hatten jetzt, warte mal, wir hatten jetzt was Neues bekommen das letzte Mal, und zwar, das ist ein Kämpferseele, was ist das denn? Setzt die Magie auf Null, aber erhöht die Angriffskraft erheblich. What? Knochenhechtfilet. Lass mich raten, das haben wir, ja, das haben wir durch den Silberhecht bekommen. Eigentlich was Cooles, aber ne, dafür werde ich keine Hechte fangen gehen. Allgemein können wir uns gerade sehr viel mit Fisch leisten, weil wir uns jetzt hier so viele Fische gefangen haben in der letzten Folge. Äh, ich wollte aber mal noch gucken, wir haben doch letztens was bekommen. Letzter Widerstand, letztes LP Maximum auf 1, aber maximiert Stärke und Magie. Höh! Wer ist denn so verrückt? Also gerade LP Maximum auf 1. Höh! Höh! Okay. Das scheint für die interessant zu sein, die das Spiel gut können, aber nein. Hm. Ne, ich glaube wir machen mal, ne, oder können wir uns das, obwohl wir können es das super leisten eigentlich. Fundrate plus, EP Gewinn plus, LP Maximum plus. Höh! Weil alles andere ist mir gerade ein bisschen teuer, was es hier unten so gibt. Ach, diese Musik hier. Was fehlt mir hier so? Ah, okay, ist eh Magie. Sahaginleber. Sebarsch. Oh, der ist eigentlich einfach zu bekommen. Warum bringt das? Ah ne, plus, oh gut, kritische Trefferrate, 50%. Also, das Essen ist schon was Cooles, ne? Ihr seht schon, ich muss jetzt hier echt überlegen, was ich mit denen mal nehme. Denn diese guten Sachen hier unten habe ich alle nur einmal zur Möglichkeit, äh, zur, zur, ne? Das ist schon wieder doof, dass du dafür keine Zutaten brauchst. Eigentlich müsste ich auch das hier machen, wenn ich angle, aber naja. Ne, ich glaube ich nehme das hier tatsächlich. Für mehr Fundrate und EP. Schön, dass ich jetzt zwei Minuten lang Essen ausgesucht habe. Aber man muss sich ja auch mal einen Überblick verschaffen, was man denn schon so alles hat an Essen. Dankeschön. Immerhin tausend mehr LP. Auch nicht schlecht. So. Ein Level Up. Oh, Noctis hat ein Talentstutup Level Up. Der Zielmarker reagiert beim Auswerfen auf mittelgroße Fische. Hä? Was auch immer das jetzt bedeutet. Ha. Ja, tolles Foto, Prompto. Das sieht ja echt cool aus. Ich glaube, das nehmen wir. Achso, das war der Eisengigant. Das ist gar nichts. Aber ich glaube, das nehmen wir trotzdem. Oh, halt. Doch. Genauso wie das hier, wie gesagt. Und haben wir noch was? Nee, nee, nee. Gut. Blöd, Mann. Ja. War ja auch ein langer Tag, ne? Der letzte. Zwei Tage. Einmal mal so. So. Leider nicht so, wie es mir erhofft hatte. Von wegen hier... Irgendeine Nebenmission nochmal. Hätte es sich hier angeboten, finde ich. Huch. Na ja, gerade so voll geworden. Also anscheinend bekommen wir jetzt immer mit zwei solchen Dingern das Ganze voll. Aber das war ja schon immer so, oder? Wir haben doch sonst eher so 60 sogar bekommen. Ja. Na gut. Na, hier irgendwas mit trainieren, oder hier angeln mal den und den Fisch. Das wäre doch hier eine Mission gewesen, aber... Schon noch... Schon wieder andere... Ach, nee. Also... Ich dachte schon, schon wieder andere Gegner. Kann doch gar nicht sein, aber... Nee, nee. Alles in Ordnung. Und der Nächste, bitte. Was ist eigentlich die Schwärste von denen? Äh... Auf jeden Fall nicht Licht. Hm. Eigentlich nur Schwert und Feuer. Na gut. Ich kann schon wieder beschwören. Warum denn? Wie oft man hier beschwören kann, ist echt nicht mehr feierlich. Und tot. Nicht? Also ich mag das Beschwören hier eigentlich, aber es ist mir halt zu krass. Es ist viel zu stark. Was will ich damit? Oh. Muschufushu gegen Allraune. So. Na, wieso greift ich nicht an, Muschufushu? Ich helfe dir doch, du Arschvieh, du blödes. So. Nächster, bitte. Natürlich. Greift er aus dem Grafhetas einfach... Ja, nochmal an. Genau. Nächster heilen, du stirbst, du Sack. So, und dann Muschufushu. Was hat denn da für eine Schwäche? Sperr. Ach, habe ich das Kind ja los auszurüsten. Mach mal einfach hier. Zack. So. Geht's auch. Okay. Erstmal das hier. Was haben wir hier schönes? Ein Goldreif. Aha. Warte mal. Das sieht mir so aus, als kann man hier irgendwie runterspringen. So rechts runter oder so. Aber man kann nicht, ne? Ne, man kann hier hoch. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, wo sollten hier rechts was sein, aber... Leider ist ja auch nichts. Schade. Wäre schön gewesen. Hm. Großer Platz, kein Gegner, ist wohl die Boss-Stage. Wahrscheinlich zumindest. Ja... Aber wo? Wo ist er denn? Ach, da! Ein Baumschrat. Ne, Baum... Baumschrat, ne? Heißt es. Ah, lass mich raten. Feuerschwäche! Ist so eine Vermutung, die ich habe. Ha, wer hätte es gedacht. Na gut, dann... Nehmen wir uns bei Noctis eben mal kurz das Endermesser raus. Nehmen wir uns da für die... Ja, ich weiß immer nicht, ne? Nehmen wir ruhig das hier. Und dann als Magie, weil wir haben ja genug davon, einfach mal... Damit es wegkommt... Ein Vierfachfeurer. Und... Dann... Bitteschön. Ach so, halt, ich muss warten, ne? Moment. So, mit dem Angriff. Hier wollen wir das Unlitus ausrüsten, damit wir gut Power rausbekommen. Was macht das hier nochmal? Oh, guck mal, jetzt habe ich das ausgerüstet, das weggenommen, was Magie bringt. Und dann Magie gemacht. Aber es war ja trotzdem maximal Schaden, von daher... Ja. Äh... Was nehmen wir denn da mal rein? Irgendwas, was Angriff bringt vielleicht? Hier, okay, das ist der Oberaus, genau. Nix da, mein Freund! Komm schon, ich stand grad hinter ihm. Warum hat er nicht gedingsbummst? Ich drück grad vierig, warum gedingsbummst du weiter? So, was haben wir denn? Zyklon! Hm, war es irgendwie nicht so dolle. Wieso macht er den grad nicht? Ach, jetzt. Er hat grad irgendwie, war grad die Anvisierung weg. Schön, Überraschungskombo und zack! Und ich kann schon wieder beschwören. Was macht er denn jetzt? Renn weg! So! Ein Königsgrabe, hätt's gedacht. Okay. Aber erstmal, hier lag noch was. Mega-Phoenix. Nett, nett. Aber wir suchen ja auch immer noch diese Glühwürmchen, ne? Gab's da so eine Beschreibung? Nicht, dass man die irgendwie nur bei Abend findet. Bei Nacht. Hier. Finanzspritzer, Artikel, überseltener Tier, Geld in die Kasse sprühen, bla bla bla. Scheint genau die richtige Speze zu sein. Äh, ha. Das Ding ist, wir bekommen dafür auch eine goldene Sanddor, deswegen hätt ich's schon gerne. Wir können aber auch erstmal von mir aus ins Königsgrab. Trotzdem hätt ich... Ja. Ja, ich hab' ich's schon lange gesehen. Hab' so die Befürchtung, dass es bei Regen, die auf jeden Fall nicht gibt, diese Dinger, sondern nur bei Nacht. Das heißt, ich müsste jetzt hier eine Weile warten, weil ich hab' ich's hier noch nicht eingesehen und... Naja, ich vermute mal, so schwer zu finden werden die nicht sein. Jetzt sind immerhin Glühwürmchen. Naja, gehen wir erstmal ins Königsgrab. Natürlich jetzt ärgerlich, ne? dass wir jetzt hier irgendwie dann warten müssen. Hm. Na gut. Wo schließt der bitte auf? Das Schloss ist oben drüber gewesen. Er hat irgendwo grad unten drunter abgeschlossen. Naja, Noctisk. Geht schon klar. Oh, das sieht cool aus. Das wird, glaub' ich, meine Lieblingswaffe. Jo. Mittlerweile haben wir echt viele Königswaffen, ne? Puh. Es gibt bestimmt auch eine gute Taktik, dass man nur mit Königswaffen kämpft gegen Ende des Spiels. Stern des Unbarmherzigen. Ah, ja. Klingt cool. Gucken wir mal. Und das bringt wahrscheinlich nix. Wir nehmen erstmal das hier raus. So, damit man direkt sehen, was es macht. Und da. Ah, Resistenzen. Oh. Was für ein Mist ist das denn? Der Wurschtbär eines Königs, der sein Volk miedt, um es zu schützen, äh, um es schützen zu können. Er vernichtet Feinde nah und fern. Na ja, ich probiere es zumindest mal aus. Trotzdem bin ich gerade schwer enttäuscht. Ja, aber mit Glühwärmschen haben wir jetzt hier nicht wirklich Glück, ne? Ich vermute, dann muss ich hier bis in die Abendstunden warten. Ich glaube, dazu gehe ich einfach nochmal kurz ein bisschen angeln. Einfach nur, um euch zu ärgern, nachdem ich jetzt hier schon zwei Folgen lang geangelt habe, aber vielleicht ist es ja jetzt einfacher mit, achso, dieser Questmarker, ne? Dieses orangene Blinken. War ganz verwirrt, dass das zur Quest gehört. Liegt hier vielleicht noch was versteckt? Nö. Ist ein bisschen schade, ne? Dass man da bei Nacht ja anscheinend hin muss. Macht aber halt irgendwie schon Sinn, muss man sagen. Macht irgendwie schon Sinn. Wobei die ja auch bis hierhin noch gehen könnte, die Quest. Aber vielleicht ein Glühwärmschen auf den Weg und dann der Rest halt im Zielgebiet wirklich. So. Nützt ja nichts, muss irgendwie noch Zeit rumbekommen, bis es wieder Nacht wird. Also, angeln. Ich laufe jetzt ja nicht raus und laufe dann wieder hier rein. Das war ja Plötsinn. Guck mal, viel mehr Fische gleich. Was haben wir denn da Schönes zum Beispiel? Und wupp. Komm. Na, du bist mal irgendwas ganz anderes. Was bist du? Du hast zumindest schon mal reagiert. Das ist wieder so ein Fisch, der nicht anbeißen wird. Ich will den da eigentlich, weil der ist so komisch lustig und randelt. Habe ich schon wieder vergessen, was das nochmal genau bedeutet hat. Aber der interessiert sich herzlich wenig für diesen Köder. Oder? Ja, das ist der Rechts, der jetzt angebissen hat. Oder angeschlagen hat. Komm schon. Du bist doch schon drin. Komm. Zieh. Wäre jetzt so cool, wenn dieser, dieser Kleine da anbeißen würde. Geht doch. So. Genau. Na, sei lieb. Gaa. Gaa. Ich müsste eigentlich mal einen Müllköder drauf machen und mal gucken, was passiert, wenn man die Schnur ablässt. Weil, es macht für mich keinen Sinn, ne, was rauszulassen. Irgendwie. Zumindest nicht bei diesem Minispiel. Aber das ist wieder nur ein sehr kleiner. Das wird ganz einfach. So. Oh. Nein, 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 nein. Sei lieb. Geht auch. Was man hier immer ein FP bekommt. Ja, wenn man das früh gelevelt hat, bekommt man so viele FP für alles. Eine kleine Bachforelle. Aha. Immerhin, neuer Rekord. So, das war auf jeden Fall schon mal ein falscher Köder für den da. Was ist denn das für ein Vieh schon wieder? Jetzt habe ich hier Forelle und Barsch. Das muss ja ein Makrele vielleicht sein, oder? Das Goldene da. Das Golden umrandete. Äh. Ich glaube, der interessiert sich halt wenig dafür. Irgendwie gar nicht. Was haben wir noch so? Jetzt geht das wieder los, ne? Sowas hier. Oh, viel so weit rechts. Mist. Äh. Wird ja zum Glück gleich dunkel. Es ist schon 14 Uhr. Das machen wir heute auch noch. Egal, wie lange das jetzt dauert mit dem Angeln. Das sieht aus wie ein Hai, Alter. Was ist das für ein Fisch? Komme ich da gerade gar nicht drauf klar. Geht das wieder los, ne? So Fische, die überhaupt nicht reagieren. Der schwimmt halt auch so mega viel. Was ist das? Äh. Baramundi vielleicht? Wenn wir es... Ne, was habe ich noch so viel Baramundi-Köder? Das waren jetzt mehrere. Galdin, Leuchtprasse. Äh. Zacken. Das könnte... Das klingt gut. Oder halt dieses dunkle, was da noch stand. Dunkler Seebarsch oder sowas. Äh. Ich glaube, ich habe schlechte Karten bei dem. Ich vermute fast, ich habe keinen Köder für den. Oder er sieht ihn bloß nie. Ich weiß es nicht. Das ist halt das Blöde, ne? Man kann es... Man weiß es einfach nicht. Guck mal, hier habe ich sogar was für Spiegelhecht nochmal. Oh, ich habe einen Haufen für Spiegelhecht. Äh. Was habe ich denn noch so? Goldwels, Schlangenkopf, Saphir. Nehmen wir mal den hier. Weiß ich nicht. Ich weiß Schlangenkopf. Ich weiß nicht, wie ein Schlangenkopf aussieht in dem Spiel. Fangliste. Habe ich irgendwas, was ähnlich aussieht? Weil diese goldenen, die ich alle schon habe, ne? Dieses Geklitzer dahinter, das sind ja dann immer so diese Special-Teile. Wo ich irgendwie schon eine super Version davon habe. Auf jeden Fall den, den ich halber... Oh, warte mal. Ne, warte. Das sah relativ gut aus. Hier, so ähnlich sieht der aus. So wie der hier. Eine Prasse. Habe ich was für Prassen? Wels, 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 Schlangenkopf, Barsch, Barsch, Schlangenkopf, Barsch, Lachs, Barsch, 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 Forelle, Barsch, Karpfen, Phönixbarsch, Prasse. Aha. Ah, das sieht gut aus. Komm. Du bist zwar keine Leuchtprasse, aber du willst es doch auch. Oder auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich den richtigen geködert habe. Oder ob ich den blauen geködert hatte. Zack. Da habe ich einen. Oh. In dem Moment, wo ich ziehe. So ein Arsch. Ja, es geht. Ein Mozing ist es nicht. Es ist mittelgroß. Aber naja. Den kriegen wir auf jeden Fall nach Hause. So schwer ist er nicht. Na, außer natürlich, ich ziehe während er... Hallo? Hallo? Manchmal ist das echt krass. Du drückst in die Richtung und trotzdem ist es rot und blinkt und es ist rot und blinkt und es ist rot und blinkt. Klingt fast nach einem Lied. Es ist rot und es blinkt. Da, 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 da. Ist das ein Ernst gewesen gerade? Quatsch. Der ist da eklig am Haken. Achso, am Hafen. Besser gesagt. Eine Anlegestelle. So, was ist das für ein Kollege? Es ist ein Mürrle-Platin-Forellen-Dings. Eine Forelle. Höh. Aber immerhin gleich in Gold. Haben wir das weg. Und das waren auch, glaube ich, alle in Gold, die wir jetzt hier haben. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit übrig. Warte mal. Ach komm, wir werfen einen mal rein. Ich hoffe, das beißt kein großer an. Äh, okay. Mit dem beißt gleich gar nichts an. Joa, was nehmen wir denn mal? Hier, Forelle. Und los geht's. Zack. Los. Hopp, hopp. Beißt alle an. Am besten alle gleichzeitig. Das wäre mal krass, wenn man so Multifinger machen könnte. Wird gleich Nacht, ne? Wir können gleich weiter mit der Quest machen. Sorry, dass wir jetzt so viel angeln, die letzten Folgen. Aber es muss ja auch irgendwann mal gelevelt werden. Also so oder so. Ich level ja sowieso irgendwann alles. Und ob nun Offscreen oder mit euch. Dann seht ihr zumindest mal, wie das ist. Oh, wenn das dicke Ding ist, ich bin sowas von tot. Ah, okay. Das ist nur der Kleine. Dann geht's ja. Na. Wenn die Musik dann immer. Na, das ist so ein kleiner. Ja, ja. Ich habe gerade voll verkackt eigentlich und es hat nicht mal rot geplinkt. Jo. Guckt mal die Ausdauerleiste an. Der wird entspannt. Aber da hätte ich den großen jetzt angehabt, den hätte ich definitiv verloren. Das war ja ein Mega-Mods-Fee, glaube ich. Also, mehr Mega-Gingar nicht, glaube ich. Na, erwärts euch nochmal. War jetzt irgendwie klar. Komm. Gut jetzt. Ja, Super-Barde austauschen oder noch behalten. Das ist dann immer die Frage bei solchen Dingern. Ach, nochmal ein Goldener. Nö. Nur eine Bach-Ferelle. Okay. Aber immerhin mit Rikot. Ich glaube, die Goldenen sind immer die Umrandeten. So, es ist immer noch Tag. Probieren wir es einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen. Ich glaube, die Goldenen waren die zum Essen, ne? Also die Gelben. Das waren die, wo man Essen rausbekommt. Komm. Mach ab. Los. Okay, dann nicht. Nochmal. Na, so ganz hab ich das Angeln auch noch nicht verstanden. Wie das hier ist mit den, mit den Punkten. Keine Ahnung. Oh nein, der Dicke wieder. Der Dicke wieder. Gut, ich hab durch ihn durchgelenkt. Na, möchtest du nun oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Doch. Nein. Nein, doch. Oh. Komm schon. Du bist doch schon quasi im Köder drin gewesen. Na gut, dann nicht. Bin trotzdem nochmal. Auf den Dicken. Ach, guck. So, das muss ich aber mega langsam machen. Sagte er und schnurte rein, während er grad vibriert hat. Gut. Aber so groß ist er nicht. Ist normal. Ein Standard für Schli. Ja. Das ist nur ein Standard für Schli. Schade, sah größer aus. Manchmal sieht das echt komisch aus. Sind die Kleinen irgendwie groß und die Großen irgendwie klein? Hm. Ah, wir haben sie jetzt gleich Nacht. Gott sei Dank. Genug geangelt. Muss halt auch echt aufpassen, ne, bei diesem Angeln. Es ist gar nicht mal so einfach, wie in manchen anderen Spielen. Ah, groß. Wenn er schon zwei Hände braucht. Wow. Eine Schillerforelle mit fast einem Meter. Nett. Ist es jetzt schon mal... Ah, es ist Abend, okay. Gut. Gott sei Dank. Hat aber auch lange genug gedauert. Genug geangelt erst mal. Dann wollen wir mal... Jetzt haben wir ja Fundraht und sowas gebufft, ne, und dann brauchen wir es eigentlich gar nicht. Aber naja, gut. Noch mal ein paar Fischlein geangelt. Muss ja so oder so gemacht werden. Müssten die nicht eigentlich die Lichter ausmachen, wenn wir das Glühwürmchen fangen? Ich meine... Ich meine ja nur. Ich bin jetzt kein Experte, was Glühwürmchen angeht, aber ich hab mal... gehört, dass die sich, äh... verschrecken lassen, weil Insekten und so. Hm. Gucken wir mal. Sieht man schon was von hier oben? Vielleicht? Vielleicht? Nein? Ich sag nicht, die sieht man nicht so richtig. Ich werd wahnsinnig. Wie lange soll ich denn jetzt wieder suchen? Doch da. Es leuchtet. Da leuchtet's. Haben wir einen. Also die sind schon relativ eindeutig. Da haben wir einen zweiten. Und... Wo ich da trete? Wo ich da trete? Los! Komm schon. Mach's mir nicht so schwer. Kann nicht so weit weg sein eigentlich. Muss ja irgendwo mit hier sein. Logischerweise. Im Königskrab. Das wär jetzt ein übelster Fop, oder? Okay. Das wär wirklich, äh... Das hätt ich jetzt... Das... Nein. Der hättet einfach Nein gesagt. Und es liegen lassen. Ach, da ist er. Und Dankeschön. So, wieder eine Aufgabe gemacht. Hat jetzt natürlich, äh... Fortschrittsmäßig nicht so krass reingehauen, wie ich es mir gewünscht hätte, die Folge. Aber... Wir mussten ja warten, ne? Man kann ja leider nicht bis zur Nacht warten. Und beim Zelten. Das hätt ich einfach kurz gezeltet und gut ist. Oh, hallo, Lich. Mhm. Wow. Das war ja cool. Ich sag, das wird, glaub ich, meine Lieblingswaffe. Das war ja mega cool. So. Noch schön abkassiert. Ich sag, das wird meine Lieblingskönigswaffe. Wie cool ist das denn? Okay. Einmal nur zurücklaufen. Huch. War was? Oh. Hä? Was macht ihr hier so laut? Oh, hallo, Mushu Fushus. Wie cool ist das denn? Oh, ist doch ein Mushu Fushu. Noctis mit Nindia-Stern, was will man mehr? Aber irgendwie verstehe ich sie noch nicht so ganz. Sie ist auch irgendwie ein bisschen komisch zu manövrieren. So, sobald wir den genau voll haben, machen wir Sternenhülle. So ein bisschen mehr sehen. Mittelfinster hier. Ich kämpfe hier gerade irgendwie gefühlt gegen zehn verschiedene Gegner. Das ist natürlich auch richtig geil. Wow, ouch. Das hat auch Flächen am Griff, oder? Das geht ja hier auf alle, wenn ich das mache. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Warte mal kurz. Wenn wir schon mal die alle so beieinander haben, dann machen wir gleich mal hopp, hopp, hopp. Und zwar... Zack. Diese Dinger, wie viel die aushalten. Sauber. So. Okay, danke. Wollte nur, dass ich kurz wechseln kann. So viel dazu. Dann jetzt bitte. Das schreckt mich so ein bisschen, dass man teilweise auch während einer Ausweichrolle nicht die aktuelle Waffe wechseln kann. So, dann hätte ich dann wieder Sternen des Unwärmeherzigen und... Bitteschön. Gut. Welche Richtung liegt eigentlich der Ausgang? Ich glaube da. Oder? Yo. Ich mag hier es glaube ich einfach mal. Wir gehen nochmal ein bisschen nach... Nach da. Weil wir hier noch nicht erkundet haben, dass hier noch irgendwas rumliegt. Mitten im... Nirgendwo. Ja, da war ein Goblin, den habe ich gesehen. Ist mir aber gerade egal. Oh, die hole ich mir nochmal. Für die FP. Und bitteschön. Nix da. Und bitteschön. So, und einen haben wir noch. Und bitteschön. Oh, das war ein bisschen sehr nah. Aber trotzdem gereicht. Also zum FP-Grinden ist diese Königswaffe bisher das Beste, glaube ich. Wie viel Schaden das Ding raushaut. Ach, ihr seid mir jetzt egal. Huch. Ja, jetzt habt ihr mich gesehen. Schön. Bin schon wieder weg. D, D, D. Startschuss. Aha. Mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. Mach's gut. Das einzige, was man nicht machen darf, ist mit dieser Königswaffe rumlaufen und sprinten. Weil dann greift er immer sofort ein, sobald man in der Nähe des Gegners kommt. Das ist nicht so... Auch zum normalen Kämpfen ist die nicht wirklich geeignet. Aber die Wabeangriffe von dem Ding, das sind... Die sind großartig. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch eine Aufgabe hier. In dem Abschnitt. Und zwar... Müssen wir mal kurz schauen. Das muss zurückgegeben werden. Nein, warum... Warum Hammerhead? Ist die nicht eigentlich mit da unten? Da? Oh, das sind auch schon wieder Missionen. Ach du Scheiße. Wir werden nie fertig damit. Das schaffen wir innerlich. Das müssen wir noch zurückgeben. Ich glaube, wir gehen demnächst nach... Hammerhead. Wir müssen eh nochmal nach Galien Kai. Für zwei Sachen. Ähm... Genau. Das machen wir auch erst dort. Spiegel der Seele. Genau. Die müssen wir noch machen. Das ist ganz wo anders. Das müssen wir erst später abgeben. Das müssen wir erst abgeben. Ansonsten können wir das hier bald mal angehen. Die Balofminen. Wir sind jetzt immerhin schon Stufe 50. Können wir dann machen, wenn wir hier das ganze Zeug abgeben. Okay. Folge ist schon wieder lange genug. Ich würde sagen, Dungeon geschafft. Hat er nur drei Folgen gedauert, glaube ich. Oder zwei. Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube zwei. Tatsächlich. Ja. Kommt hin. Wir mussten halt heute ziemlich lange angeln. Einfach nur, weil das Spiel uns hier eine Nachtquests gegeben hatte. Tut mir leid. Da werden wir beim nächsten Mal hoffentlich normale Legaquests weitermachen. Und dementsprechend macht's gut. Bis dahin. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017